Hier ist auch nix weiter. Excalibur! Was soll denn das? Die kriegen das nicht rausgezogen. Warum kann ich es denn betatschen? Ich mein, ist das ein Hebel? Nee. Sie ist nicht die Auserwählte! Der hat das bloß festgeschraubt, der Sack. Und jetzt? Komme ich denn jetzt hier wieder weg? Muss ich pinseln? Da ist ne Kurbel. Guck mal, hier ist... Da hat sie die Soldaten draufgestellt. Hier ist noch ein roter Weg. Der Weg des Monsters. Ja, wir sind gefangen. Aha, jetzt nicht mehr. Den hab ich vorhin gar nicht gesehen. Kommen wir jetzt hier wieder zum Pinsel. Dann werden wir ihm den Gefallen tun müssen. Sonst weiß ich gar nicht, was ich hier machen soll. Nee, das ist ein bisschen anders hier. Da oben ist ein Baum raus. Kann sie hier hochklettern? Tatsächlich. Tatsächlich. O que? Hallo? Äh, ha, scheiße. Ich kann mich eh nicht bewegen. Oh. Was war das jetzt? Ja. Ausbessern? Sie zeichnet, was sie möchte. Da musst du nix ausbessern, Junge. Hm. Ich suche jetzt die richtige Farbe. Die andere war wohl nicht richtig. Er hat ja jedes Mal geschimpft, dass es langweilig ist oder dies nicht oder das nicht. So ein Vater hat, der braucht keine Feinde. Ja, aber, aber... Hier war eben ne... Keine Ahnung. Hier war ne Markierung. Das sah so aus. Aber hier sind nicht mehr so viele Farben. Da sind noch welche. Nimm wir die mal. Ja, leck mich. Da kann ich wieder den nehmen. Den rastet er wieder aus. Was? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier richtig ist. Der leuchtet ja. Der, der Be... Ich soll schwarz nehmen. Ja, erst mal finden. Das ist blau. Glaub ich. Hier ist keiner. Gehen wir mal hier lang. Äh, Hilfe. Achso. Nein, die Stelle kann ich mich erinnern. Wir müssen jetzt diesen Ball... Irgendwie da hoch balancieren. Hier. Jetzt hab ich die richtige Farbe. Äh. Das ist alles kaputt hier. Papa hat alles kaputt gemacht. Ich muss hier zwischen den Wänden langlaufen. Das gefällt mir besser. Du siehst? In der Ende... All we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which... I don't think our proud stallion likes the weather. Let's... Brighten things up a bit. Soll ich das aufhellen? Aha! Da hat sich's Schwert gekriegt. Hm. Aufhellen. Das ist aber grün. Der wird gleich wieder schimpfen. Wird sich gleich wieder aufregen. Ja, ich komm hier nicht durch. Ja, ich hab's gewusst. Halt's Maul! Schrei dein Kind nicht ständig an. Wärmer! Dann zünd es an, dann wird's wärmer. Hm. Braucht eine andere Farbe. Wärmer! Wärmer! Ich hab' wieder irgendeine gefunden. Wärmer! Ich nehm' den Stift. Dann kannst du noch mal ausrasten. Mann, dieser Kerl. So ist dir das jetzt genehm. Wärmer! 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 Ich geh' die ganze Zeit im Schnelllaufen-Modus. Was ist das hier? Ach, er ja wieder. Wärmer! Aufhellen. Aufhellen. Ist dir das jetzt genehm? Oh, jetzt ist die auch noch zu! Oh, muss man hier nur Umwege wetzen. Das ist Laufen übrigens, ne? Laufen. Ich habe aber das Gefühl, dass das auch hier anders ist. Auch von der Qualität her anders ist. Als damals. Jetzt komme ich da nicht mehr hin. Sollen das? Da ist der Durchgang gewesen. Gut, das Feuer symbolisiert natürlich die Panik und Angst, vermute ich mal. Weil sie gar nicht weiß, wo sie jetzt lang hin soll, wegfliehen, sich in Sicherheit bringen. Es geht nicht schneller. Na endlich, hier sind wir jetzt an der richtigen Stelle. Ah ja, da ist es wieder aus. Und wenn das jetzt nicht richtig war, dann gibt es Haue. Ne, dann nehme ich den Kritzelstift. Oh, jetzt kann ich da auch nicht lang gehen. Wie ich mich entscheide, entscheide ich mich falsch. Vielleicht sollte ich mich mal richtig entscheiden. Nein, die wollen wir nicht. Dann rastet der Alte wieder aus. Da geht's rein. Hier. So. Nein! Nein! Jetzt kommst du hier an dem Scheiß nicht vorbei, hier. So. So. Das ist richtig. Der Sonne bestägt seine kinder Räder auf dem Land. Es wird wärmer und wärmer und wärmer. Bis endlich. Marvellous, nicht wahr? Ich weiß, dass es eine Tragedie ist. Aber eine schöne Tragedie ist immer besser als eine unheimlichste Existenz. Oh, ich krieg das nicht auf. So, jetzt. Da ist nichts weiter. Hier geht nichts. Da musste sie sitzen. Was jetzt? Ich hab's jetzt nicht verstanden. Was sollte das jetzt? War das Zimmer da oben gemeint, wo man hier reinkam? Dieses hier? Wo waren das jetzt? Hier. Das Zimmer. Tatsächlich. Ich weiß nicht, was ich erwähnt habe. Ich weiß nicht, was ich erwähnt habe. Eine Nachfolge? Eine letzte Wille? Was ich gefunden habe, war eine Entschuldigung. Die Handlung, was er. Die Handlung. Ich finde, ging er. Mein Vater, für was er war. Keinen. Erhöhung. 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 Hä? Sie hat die Kerzen angezündet. Aber ich kann endlich aufhören. Hey Prinzessin, was habt ihr da? Oh, das ist so schön, Schüttchen. Aber... warum pink? Sie hat auch mal ein rosa Pferd gemalt. Was sind denn so... Somniaks? Wir sind wieder zurück. Zum Leuchtturm. Na gut. Ich werde das beim nächsten Mal machen. Vielleicht morgen. Also... Ich gehe mal kurz raus. Hier wieder ins Hauptmenü. Ja... Wir haben jetzt die Geschichte des Malers gespielt. Da gibt es noch zwei Enden. Die Geschichte der Tochter. Äh... Ende Vergebung. Aber warum ist das jetzt hier nicht? Verstehe ich nicht. Wir haben... Sie hat ihm doch vergeben. Hm... Das ist Final Note. Und das ist Kabin. Ich weiß nicht, wo Kabin sein soll. Das lag da nicht, ne? Wir werden mal gucken. Das interessiert mich jetzt mal. Liegt denn hier noch ein Buch? Nein, das ist die Farbpalette. Vielleicht liegt das hier auch nicht. Naja, wir werden sehen. Morgen... oder so machen wir das hier. Liegt noch eins unten. Das ist es aber auch nicht. Ja, denn... Titanic. Cool. Denn bis zum nächsten Mal, ne? Ich danke fürs Zuschauen. Jetzt kommt erstmal wieder das da. Ich habe das übrigens getauscht. So... Ja, und dann sage ich immer... Äh... Tschüss. Bis zum nächsten Mal.